So, grüß euch beinahe. Am Donnerstag bin ich von der Arbeit heim. Erwartungsgemäß bald eingegangen. Ich glaube, dass ich am Schluss irgendwie noch eine Durchschnittsleistung von Nimmergans 140 Pack gehabt habe. Also total furchtbar halt. Da habe ich mich auch recht gefreut, dass keiner daheim war. Dass man in Ruhe und ungestört auch von Cannabee ein bisschen vor sich hin leiden hätte können. Ist dann aber genau 5 Minuten lang gegangen. Und dann ist der Funkwecker gegangen, war ein Einsatz. Also wieder nichts mit ein bisschen umeinander liegen und ausruhen. Na ja, auf jeden Fall probiere ich es jetzt heute mal über die altgewohnte Route. Den ersten Berg rauf. Schauen wir mal, ob es vielleicht bergauf besser geht, wie in den Greden. Ja, ansonsten super schönes Wetter eigentlich. Irgendwie 14 Grad glaube ich. Well, dann schon. Ja, wo es in der Sonne fasst. Es ist fast ein bisschen zu warm. Gleich so wie ich anzogen bin. Aber wenn der Wind kommt oder jetzt bergab, ist es fast ein wenig kalt. Blöd angezogen oder wie auch immer. Na ja, also jetzt fahren wir mal da unten an. Dann sehen wir, hören wir uns später wieder. Servus! So. Also. Auf ja auf den Irschi. Okay. Hier ist der Front ist. Hier ist der Front ist. so wie ihr wir auf das grü presentieren kannst. Musik Ja, ganz schön Musik 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 Musik